Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot, Stephansdom und auch den Rathausmann. Oho, oho, oho. Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Oktodar im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Oktodar im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah, mit mächtig viel Bravour. Ja, liebe Freunde des kleinen Stadtstreichers, heute wird's tierisch. Und ich beginne gleich mit Aufnahmen aus der Jugendzeit unserer Finja im Zoo Schönbrunn. Ja, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. 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 Und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.